Echt jetzt, Pandora? Lauft! Jetzt kann ich Sie nicht mehr hören. Anscheinend haben wir es geschafft. Willkommen bei Kongo Clown Burger! Ihre Bestellung, bitte. Bestellung. Ihre Bestellung, bitte. Ihre Bestellung. Ihre Bestellung. Okay. Möglicherweise haben wir es doch nicht geschafft. Nein, aber ich denke, wir haben den Leib der Bestie gefunden. Ich glaube, mich laus der Affe. Das ist Fangzahns Körper. Die Paviane müssen sich einen Ersatzkopf gesucht haben. Jetzt wissen wir, wer Sie kontrolliert. Warte, nein, wir wollen nur helfen. Er denkt bestimmt, wir wollen den Rest von ihm stehlen. Es muss doch einen Ausweg geben. Ich weiß, was zu tun ist. Ich weiß, was zu tun ist. Mom, ich schaff das. Okay. Ich weiß, was zu tun ist. Okay. Okay. Oh! Und ist es jetzt für euch okay, wenn ich in unserem Haus gate?